Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkey, ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 23.05.2023 unter unserer Seifenblasen wurden, jetzt auch immer die erste Worte müssen, zum Platzen gebracht. Da muss man schon leicht schmunzeln beim Bild hier. Auf jeden Fall Spaß dabei gehabt. Richtig Spaß ist nicht zum Ausdruck gekommen, Tagesherze ist sehr ruhig, aber wenn man hier jetzt reinzoomen wird, da hat sie die vorherige Tagesbewegung eigentlich komplett aufgefressen. Das heißt, wir haben mit der Abwärtsbewegung den vorherigen Tag komplett aufgebraucht. Das ist die Stärke, die aufs Neue hochgeführt hat, wegverkauft. Und das ist nun interessant, denn wir haben uns das gestern detailliert angeguckt oder auch sehr lange darüber gesprochen, welche Funktionsgewalt in ein neues Allzeithoch, insbesondere in möglicher Kombination mit einem Doppeltop, was es ja werden kann, hätte. Wir haben gesprochen über die Bewegungsgewalt, die nach oben und nach unten austreten kann und dass man eben für entsprechende Short-Signale aber dann auch abwarten sollte. Wir haben auch gesagt, ich will dann sehen, dass der 9.30, 10 Uhr entweder neue Tagestiefs oder neue Tagshoch zeigt, um einfach auch ein bisschen Bewegungsspiel reinzubringen. Wir haben hier neue Tagestiefs gesehen, wir haben keine neuen Tagestiefs gesehen, wir sind eigentlich von der Eröffnung direkt nach unten nur gefallen. Und das ist schon ein erstes Warnsignal, weswegen man hier schon sagen sollte, so wie wir es gestern auch geforecastet haben, letztendlich, dass wenn er zum Montagsspäche zeigt, der Durchschnitt in den Rücklauf bis 1589, 1569 gehen kann. Und wisst ihr das? Wir machen das immer so. Wir schauen uns immer auf beiden Seiten an. Was kann der Markt machen? Eben, weil wir nicht Hellseher sind, weil wir nicht wissen, was passiert morgen am Markt. Wir wissen das nicht. Und niemand weiß das. Ja, auch der beste Händler am Parkett in Frankfurt weiß nicht, was morgen passiert, weil instant irgendwas anderes reinkommen kann aus Brasilien. Irgendwo sitzt im Iran eine Olle, die hat gerade irgendwie eine Scheidung gewonnen beim Richter und hat jetzt hier 500 Millionen und die sagt sich, ach geil, mein Mann arbeitet für die Konkurrenz von SAP, also kaufe ich doch mal SAP hoch. Pusht die mal ein bisschen und zack, steigt der Börsenwert von SAP und der DAX bewegt sich nach oben. Nur weil da auch eine Olle einfach ein bisschen Kohle auf den Tisch gepackt hat und gekauft hat. Das weiß niemand in Frankfurt am Parkett, dass das passiert. Ja, und so kannst du das weltweit eigentlich breit drücken und schon sagen, jeden Tag kann alles passieren und als Trader müssen wir uns, wenn wir Geld verdienen wollen, einfach damit abfinden. Wir müssen uns damit abfinden, dass der Markt nicht, ich sag mal, wir können die Zukunft nicht vorhersehen, das kann keiner. Das Einzige, was wir können, ist anhand des Bewegungsverhaltens, wie der Markt sich bewegt, rausdeuten, ob wir ein aktuell höheres Käufeübergewicht haben oder ein Verkäufeübergewicht haben, in welche Richtung der Markt eher tendiert. Also wohin gehen die konsequenten Käufe, wohin gehen die konsequenten Verkäufe. Ist es jetzt beispielsweise bloß die eine Olle gewesen in, ich weiß gar nicht, was habe ich gerade gesagt, Iran oder irgendwas, die gerade was reinpusht oder sind das vielleicht irgendwie gerade 10 Frauen, die irgendwie gerade die Scheidung gewonnen haben und jetzt hier reinkaufen oder sind es vielleicht Hunderttausende, die dann einfach jetzt über die nächsten Monate ihre Position reingeben müssen und sowas kann man mit dem Markt einfach erkennen und dabei ist das Schöne, dass wir diese G-Chart-Technik, also die Kerzen, dass sich das immer wiederholt. Ja, also diese Bewegungsfolge, die wir haben, dies gab es in der Regel schon mal irgendwann. Es gab schon mal irgendwann den Moment, dass der Markt ein Allzeithoch angelaufen hat. Es gab schon mal den Moment, da ist der Markt einfach gerade durch das Allzeithoch nach oben durchgerannt, hat nochmal 300 Punkte nach oben rausgelaufen und es gab auch schon die Momente, da ist der Markt auf ein neues Allzeithoch, hat direkt mit einer roten Tageskerze reagiert und ist auf die letzten Hochs zurückgefallen. Also stellen wir uns einfach hin und sagen, okay, wir sind jetzt an einem solchen Punkt, an dem es schon mal ähnliche Situationen gab, die wir heranziehen können und können sagen, okay, wenn er weiter läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er viel Bewegungspunkte abläuft, wenn er einfach weiter nach oben durchsteigt oder eben, wenn er sich eintritt, dass er dann auf die letzten Hochs zurückfällt. Und dann stellen wir uns einfach hin, sagen wir das, okay, das ist unser Szenario, das ist unser Abwärtsszenario, das ist unser Aufwärtsszenario und dann gucken wir, was macht der Markt? Und wenn ich dann sehe, okay, der Markt bewegt sich eher in diesem Abwärtsszenario, bewegt sich in diesem möglichen Doppeltop-Szenario, dann kann ich hier jedenfalls sogar Short probieren halt. Ich bin jetzt hier, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht unbedingt sharp auf Short momentan gerade, aber haben wir gestern auch so gesagt, das ist, wenn überhaupt, der bestmögliche Punkt überhaupt dafür, ja, als er erreicht wurde bei 2,85, haben wir gestern oder vorgestern glaube ich sogar gesagt, na, das ist der wichtigste Bereich, den wir hier im Umkreis von 1.000 Punkten haben. So, von dort drückt er sich jetzt nach unten, das heißt, wenn wir jetzt auch zum Dienstag weiter Schwäche zeigen, wir haben gesagt, 2,30 ist der erste Anlauf, die erste Anlaufstelle, haben wir gestern gesagt, die wurde jetzt erreicht, fällt er jetzt auch unter 2,30 weiter am Dienstag mit einem schönen Vormittagstief, dann eine flache Mittagserholung, Nachmittag nochmal neue Tagestiefs, würde ich definitiv davon ausgehen, dass wir jetzt auf die nächsten Stationen bei 16,1,60, 16,1,80 auflaufen und wenn dies dann auch nicht dafür zuführt, dass er nach oben aufgedreht kommt, dann geht es hier auf die 16,20 bis 15,9,80, 15,9,60 zurück. Punkt. Das ist es, ja. Und auch dabei würde ich dann trotzdem immer wieder einen Stop-Loss setzen, ja, das heißt, das Szenario abgrenzen und wenn der Markt dann doch etwas anderes macht und er macht eben nicht dieses eine bekannte Szenario, was wir schon mal irgendwo gesehen haben in der Vergangenheit, sondern er dreht sich einfach um, dann lasse ich mich ausschoppen. Dann nehme ich einen kleinen Verlust in Kauf, bin dann aber raus und sage dann, okay, jetzt passiert etwas, was nicht in meinem Szenario sich bewegt, das heißt, ich trenne mich hier einfach mal kurz raus, ich realisiere einen kleinen Verlust, bin jetzt hier und erstmal nicht mehr im Markt, gucke jetzt erstmal zu und warte, bis er wieder in etwas hineinläuft, was mir bekannt vorkommt, wo ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit habe, dass das in eine bestimmte Überrichtung ausgeht. Das heißt, im konkreten Falle, wenn ich jetzt hier jetzt Short gegangen bin oder Short bin und er drückt sich hier aber hoch und ich sage mal, er geht über 2,5, 2,60, eher vielleicht 2,80, 2,90 drüber, dann wäre das für mich klar, aus Longumfeld und oberhalb von 2,80, 2,90 würde ich Long suchen. Long suchen in weiterer Hochsein, weil er dann, in dem Moment, wo er das jetzt hier eben nicht verwandelt, das Short-Signal, und es ist eine gute Vorlage für ein Short-Signal, die Bullenkraft pur ausspielen kann. Ja, und deswegen würde ich persönlich oberhalb von 2,80, 2,90 Long suchen, unterhalb mich mit Long zurückhalten, weil jetzt hier eben erstmal ein Rücklauf kommen kann, der Qtun gerne mindestens, ja, bis in den Bereich hier unten zurücksetzen kann. Und wir haben gesprochen, was das Maximalziel ist, ne, wir haben gesagt, das kann auch bis 12.000 hier gehen im Extrem, ja, und wenn es im Extrem bis 12.000 runter geht, dann beginnt es mit einer roten Tageskartze oben bei 12.285, die Hammer, ja. Ja, also von daher würde ich grundsätzlich alles, was jetzt hier an tieferen Tiefs und tieferen Hochs entsteht, dann eher für die Short-Signal interessant finden. Ja, rein in eine 12, äh, 16.20 rein, ich weiß gar nicht wie, ja doch, hier unten war die 12.000, 16.20 rein, aber ich würde eben auch sagen, okay, wenn es nicht klappt, also, dann nicht hinstellen und sagen, ne, das ist unrealistisch, was macht der hier, sondern wenn er sich oben drüber drückt, 2,80, 2,90 wieder rüber geht, dann ist es für mich Long. So, ja, und dann gehe ich weiter rein in Richtung 400, 16.400, 16.500 und weiter. Ja, also, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelegen, hören wir uns morgen wieder, bis dann, tschüss. Ja, also, ich mache hier, 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 bis dann, tschüss.